Samstag, 10. August, 15.30 Uhr, Tiefjoli, Achrin gegen Bayach Leverkusen, 1 zu 4, Leverkusen hat gewonnen. Rico Imer, Anne Revalenburgin, Alexander Heinze, Marco Muller, Stefan Raka, Mati Hitler, Robin Griner, Peter Hackberg, Florian Ruter, Stipe Patalo, Kieridik, David Boch, das kommt von Bayern Leverkusen, Leverkusen, Lukas Hickey, Ramazan Üskan, Jonathan Ta, Sven Bender, Alkinzer, Gero, Stipe Patalo, Tiefjoli, Jachim Amiri, Kachlis Arangwitz, Kai Hafentz, Jachim Belarabi, Hefin Voland. Uhrzeit 20.54 Uhr